Im April 1948 kommt die 16-jährige Michige am Haus einer ihr bekannten Familie vorbei. Rie, die fünfjährige Tochter der Familie, spielt vor dem Haus. Michige fragt das Mädchen, ob sie Lust hätte, mit ihr zum Strand zu gehen. Rie freut sich und geht mit Michige mit, ohne ihrer Mutter Bescheid zu sagen. Dort wird sie dann von Michige mit einem Stein erschlagen. Die Kleidung von Rie verkauft Michige an einen Antiquitätenhändler. Anhand von Zeugenaussagen, die sie mit dem Mädchen gesehen haben, kann Michige am nächsten Tag festgenommen werden. Sie sagt, sie hätte nur die Kleider verkaufen wollen, da sie Taschengeld brauchte. Sie hätte dann beschlossen, Rie zu töten, da sie sonst aufgeflogen wäre. Michige ist bereits mehrfach wegen Diebstählen aufgefallen. Sie kommt nicht mit Jugendarrest davon, sondern bekommt eine Haftstrafe zwischen drei und fünf Jahren. Für Kriminalfälle in Faller Länge schaut mal auf meinem Kanal vorbei, nicht nur wenn es dunkel wird. Bis gleich!